Genau wie in der Realität steckt auch die Spielewelt voller Mysterien und Rätsel, die mit so manchen Theorien verbunden sind. Das Spiel Red Dead Redemption 2 ist zum Beispiel ein solches Spiel, was neben der Hauptstory und so mancher Nebenmissionen mit zahlreichen Easter Eggs und Geheimnissen verbunden ist. In diesem Video hier möchte ich über ein bestimmtes Easter Egg sprechen, welches allerdings mit einem fürchterlichen Geheimnis verbunden wird. Worum es sich dabei handelt, gleich nach dem Intro. Seid gegrüßt und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In meinem heutigen Video möchte ich über ein Easter Egg sprechen, welches man im Rockstar Spiel Red Dead Redemption 2 vorfinden kann. Das besagte Easter Egg wurde zwar schon von so manchen Spielern und YouTubern bereits gefunden, doch scheinbar ist wohl den wenigsten klar, welches Geheimnis bzw. welche erschreckende Theorie sich dahinter befindet. Wenn man als Hauptprotagonist Arthur Morgan nach Südosten reist, dann kommt man in ein Gebiet, welches als Braithwaite Manor angezeigt wird. Wenn man dann in diesem Gebiet weiter nach Westen reist, so stößt man dann irgendwann auf eine kleine Hütte. Das Merkwürdige hierbei ist nur, dass die Tür von der kleinen Hütte mit Brettern zugenagelt und mit einer massiven Kette verbarrikadiert wurde. Bei genauerer Untersuchung findet man heraus, dass aus der kleinen Hütte, welches in Wirklichkeit ein Toilettenhäuschen ist, sowas wie lautes Gemurmel und lautes Schreien zu hören ist. Wenn man dann die Sache noch genauerer untersucht, stellt man fest, dass genau in dieser kleinen Hütte eine junge Frau eingesperrt ist, die den Spieler verscheucht und ständig vulgär beschimpft. Und wenn man sich die junge Frau im Toilettenhäuschen genauer anschaut, stellt man auch zum Erschrecken fest, dass die junge Frau im Gesicht total entstellt ist. Die Haare von der jungen Frau sind in der Mitte des Kopfes offenbar rausgerissen worden. Die Augenhöhlen und Wangen sind völlig eingefallen und am Mund hat der Charakter eine Gaumenspalte. Im Spiel findet man heraus, dass es sich bei dem entstellten Mädchen um Gertrud Braithwaite handelt, welches die Tochter von Catherine Braithwaite ist und somit ein Mitglied von der reichen Braithwaite-Familie ist. Hierbei kamen Theorien ans Licht, die besagen, dass Gertrud das Resultat von Familieninzest innerhalb der Braithwaite-Familie war. Und dass sie nur deshalb mit dieser körperlichen Entstellung und Geisteskrankheit zur Welt gekommen war. Weitere Theorien besagen, dass die Braithwaite-Familie verhindern wollte, dass das Familiengeheimnis um Gertrud an die Öffentlichkeit kommen würde. Und dass sie deswegen das Mädchen in das besagte Toilettenhäuschen in der Nähe des Anwesens eingesperrt hatten, anstatt das Mädchen in ein Sanatorium zu bringen. Als Spieler hat man jedoch nicht die Möglichkeit, das Mädchen Gertrud aus ihrem Gefängnis zu befreien. Die Kette vom Toilettenhaus kann weder mit Pistolen oder Gewehren aufgeschossen, noch mit Dynamit weggesprengt werden. Bei der Entdeckung dieses Häuschens fertigt der Protagonist Arthur Morgan einen Tagebucheintrag inklusive einer Skizze an, den er als Braithwaites Geheimnis bezeichnet. Im Verlauf der Handlung von Red Dead Redemption 2 hat man dann die Aufgabe, das Familienmitglied Penelope Braithwaite aus dem Familienanwesen zu befreien, um sie dann zu ihrem heimlichen Verehrer Bo Grey, welches ein Mitglied einer verfeindeten Familie der Braithwaites ist, zu bringen, damit sie später zusammen mit ihrem Verehrer per Zug nach Boston reisen kann. Dabei haben Spieler die Möglichkeit, gemeinsam mit Penelope das versteckte Häuschen mit dem Mädchen Gertrud aufzusuchen. Hierbei verrät Penelope, dass Gertrud ihre Cousine ist, dass sie eine verstoßene Tochter ihrer Familie ist und dass ihre Familie entschieden hatte, sie auf dem Grundstück zu verstecken und festzuhalten, anstatt sie in ein Sanatorium zu schicken. Am Ende lassten jedoch Penelope und Arthur Morgan das Mädchen Gertrud ebenfalls zurück, wo hier während der Flucht Penelope erklärt, dass sie von Boston aus alles tun würde, was sie kann, um Gertrud zu helfen, was jedoch der Protagonist Arthur Morgan höchst anzweifelt. Wenn man dann nach dem Epilog von Red Dead Redemption 2 in der Rolle von John Marston zum Braithwaite-Anwesen zurückkehrt, findet man dann heraus, was später aus Gertrud wurde. Hierbei findet man heraus, dass das Toilettenhaus bzw. das Gertrudes Gefängnis noch weiterhin verschlossen ist, jedoch kann man im Inneren der Hütte ihre halbverwesende Leiche vorfinden. Hieraus kann man resultieren, dass Gertrud am Ende von allen Leuten vergessen und ihrem Schicksal überlassen wurde, bis sie dann schließlich einsam und qualvoll verstarb. Hinzu gibt es beim Charakter Gertrud Braithwaite eine Sache, die bei so manchen Spielern viele offene Fragen bescherte. Und zwar, wenn man auf Gertrud im Toilettenhaus antrifft, wo sie noch am Leben ist, sagt sie hin und wieder eine Reihe von Zahlen auf, was so klingt, als ob das Mädchen versucht, irgendwas aufzuzählen. Viele Spieler hatten versucht, eine Theorie zu den Zahlen herauszufinden und waren der Meinung, dass es sich hierbei um sowas wie eine Art kodierte Chiffre handeln könnte. Neben vieler anderer Versuche, eine Lösung für dieses Rätsel zu finden, wurden die Zahlen mit den Buchstaben des Alphabets verbunden, wo hierbei allerdings am Ende nur unverständliche Worte und Sätze herauskamen. Bei genauer Betrachtung der Zahlenreihe fiel allerdings auf, dass Gertrud häufig die Zahlenreihe 1 bis 3 und 1 bis 5 immer ständig wiederholte. Hierbei kam man zur Erkenntnis, dass Gertrud irgendwas aufzählen wollte, was mit der 3er- oder 5er-Anzahl endet und dass es für sie aus irgendeinem Grund von wichtiger Bedeutung war. Lange wurde darüber spekuliert, was dahinter stecken mag, bis dann schließlich eine Lösung zum Rätsel gefunden wurde. Der YouTuber StrangeMan, der sich auf seinem Kanal überwiegend mit Rätseln, Theorien und Geheimnissen aus Red Dead Redemption 1 und 2 beschäftigt, hatte sich ebenfalls mit dem Rätsel um das Mädchen Gertrud und deren Zahlenschriftrin auseinandergesetzt. Und was er bei seinen Recherchen herausfand, brachte bei diesem Rätsel viel Licht ins Dunkel. Hierbei spielt die Ausrichtung der Sichtweise des Toilettenhäuschens, worin Gertrud von ihrer Familie eingesperrt wurde, eine wichtige Rolle. Denn wenn man der Ausrichtung folgt, so kommt man dann später nach einem langen Marsch im Spiel zur abgelegenen Siedlung Budger Creek, die sich in dieser Region südöstlich vom See Elysian Pool befindet. Neben den vielen verdreckten und heruntergekommenen Hütten und Straßen in dieser Siedlung kann man als Spieler dort ebenfalls einige Toilettenhäuser vorfinden. Insgesamt sind es fünf Stück an der Zahl. Was zuerst recht harmlos oder unwichtig rüberkommt, spielt aber nun eben, wie bereits erwähnt, eine wichtige Rolle. Denn bei genauerer Betrachtung stellt man als Spieler fest, dass man im Innenbereich an der rechten Holzwand eines Toilettenhäuschens eingekerbte Zahlen vorfinden kann, die alle einzeln von 1 bis zur 5 gehen. Verfolgt man dann die Ausrichtung der Toilettenhäuser auf der Karte von Budger Creek, so bilden sie allesamt ein gigantisches Pentagramm, was sich über die gesamte Siedlung hindurchzieht. Im Laufe des Spiels findet man bei Gesprächen mit den Siedlungsbewohnern von Budger Creek heraus, dass das gesamte Dorf von einem, so wie sie es nennen, Fluch heimgesucht wird. Den Beweis dafür, dass die kleine Siedlung von einem Fluch oder von einem bösartigen Dämon heimgesucht wird, findet man bei einer verlassenen und heruntergekommenen Hütte, die sich nordöstlich am Rande der Siedlung befindet. Hierbei kann man im Spiel im Zeitraum zwischen 3 bis 4 Uhr morgens unterhalb dieser besagten Hütte ein rotglühendes Pentagramm vorfinden. Dieser Fund brachte Theorien herbei, dass erstens Gertrude Braithwaite vor ihrer Einsperrung entweder eine Siedlerin von Budger Creek war oder mal einst durch diese Siedlung durchgewandert war und dass sie zweitens weder entstellt noch mit geistiger Krankheit auf die Welt gekommen war, sondern dass sie ein Opfer von dämonischer Besessenheit geworden war. Den Beweis dafür, dass Gertrude im Grunde völlig normal zur Welt kam, kann man in der südöstlichen Stadt Saint-Denis in einem Saloon vorfinden, der sich im östlichen Bereich der Stadt befindet. Betritt man den Saloon, so kann man an der linken Seite der Bar, an der Wand, eine Schwarz-Weiß-Fotografie vorfinden, worauf eindeutig das Mädchen Gertrude Braithwaite zu erkennen ist und dass sie da weder entstellt noch auffällig wirkte. Ihre Entstellung im Gesicht, was besonders die Gaumenspalte angeht, soll im Grunde ein äußerlicher Ausdruck dafür sein, dass das arme Mädchen von einem bösartigen Dämon besessen ist. Gerade in den alten Zeiten, wie zum Beispiel im Wilden Westen, glaubten die Menschen, wenn ein Kind mit einer Gaumenspalte zur Welt kam, dass dieses Kind von Anfang an von einem Dämon oder vom Teufel persönlich besessen sei. Auch was die vulgäre Aussprache von Gertrude angeht, wenn man sich ihr beim Toilettenhäuschen nähert, ist ebenfalls ein weiterer Fakt für ihre teuflische Besessenheit. Da es laut Theorien und Fakten bei besessenen Menschen recht bekannt ist, dass sie zu sexistischen oder eben vulgären Äußerungen und Anspielungen sehr stark neigen. Man sieht also, dass die mysteriöse Zahlenreihe in Wirklichkeit keine mysteriöse Chiffre oder sowas war, sondern es war eher mehr sowas wie ein versteckter Hinweis darauf, was in Wirklichkeit mit dem Mädchen im Spiel passiert war. Auch wenn Gertrude Braithwaite im Spiel nur als nebensächlicher Charakter oder als ein Easter Egg dargestellt wird, so beinhaltet sie bei genauerer Betrachtung viel mehr Geheimnisse und geschichtlichen Hintergrund, welches man bei Red Dead Redemption 2 bei vielen anderen Nebencharakteren und Örtlichkeiten im Spiel noch vorfinden kann. Amen. Gruppe Braithwaite Vielen Dank.